so heute für euch im test die bengal lichter rot zu silber verbunden mit einer quick match da könnt ihr euch bei pirochik bedanken sie hat das so schön gemacht ich hoffe es funktioniert wenn ich das natürlich scheiße ja geil 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 die sind geil sehr schön so richtig schönes tiefes rot so muss das sein jetzt kommt das silber schon gleich viel mehr ausgeleuchtet hier ja das war's die kosten auch ein paar euro bei piro web ja 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 ja